okay du schaffst das und wenn nicht dann viel spaß beim hinterherrennen hallo und herzlich willkommen zurück zu desolate mit dem uncut freak und der pummelrunde wir müssen den tatort finden wir müssen erst mal den verrückten finden nicht den tatort na gut ich habe ihn gefunden ich habe ihn nicht einmal gehauen passiert passiert ja sind kräuter immer mit ja immer die kräuter mit wir haben auf jeden fall ein neues kleines also ein neues quest nachdem wir in der letzten folge erfolgreich seine mordopfer gefunden haben begeben wir uns heute auf den weg den den mörder zu stellen bin mal gespannt das ist eine felswand ich vermute kommen wir nicht lang vermutlich nicht ich habe gemüse ich kann ich trage ich flach ich wie heißt das ernten ich ernte jetzt nichts mehr genau wenn wir zurücklaufen zur oase können wir ja dann auch wir haben immer noch nicht dieses ding repariert nur diesen wie heißt das nochmal der dieser dieser diese tube oder diese transport gedöns was haben wir die reparieren meinst die telefonzelle da genau haben wir die keine brücke da brauchten wir uns für eine kaputte brücke okay ich versuche diese kann ich rennen jetzt kann ich rennen okay müssen wir darüber springen ja okay ich habe es geschafft wir sind dran okay wir gucken wir nur ein bisschen zu schaffst und wenn nicht dann viel spaß beim hinterherrennen das hätte jetzt so gepasst dass ich runterfalle der letzte normalerweise wenn ich der mensch der mal runterfällt dann ist das nicht kann na du und die hier ist der hallo wie geil der denn da wer der hund das sieht sehr lustig aus für mich eine gute stube so sicherlich ist das keine falle der sieht ja völlig anders aus als der letzte jetzt klingelt wieder nur bei mir hast helfen ja ja das ist so schade für euch ja hallo wie heißt das ein kran bagger ich wollte bagger sagen okay hier stehen doch irgendwelche zahlen aber ich weiß nicht ob die was zu bedeuten haben ok hat ja unsere wahl gesagt also nicht was denn bei mir hatte ich bloß plötzlich eine eine ja ich kann irgendwelche sachen nicht nehmen irgendwas reagierte bei mir nicht und ich hatte einen windows lade ring ach so du hast gedacht das spiel stürzt habe ich verstehe ja ja so 37 striche sind da noch dran ich mach mal die schalter an vielleicht hilft so 37 ja und hier ist ein bagger also oder was weiß ich der mit seinem bekloppten rätseln weißt du ok ok haben wir irgendwo wo ist die map da also 10 20 30 37 so weit geht die karte nicht und ein bagger haben wir irgendwie so eine mine oder so was krankenhaus lager stadion flug aber hier direkt nebenan könnte ja theoretisch eine sein das grüne da du meinst hier das vielleicht ja ich dachte eigentlich das was denn das direkt nebenan halt dass ein krankenhaus steht bei mir da steht bei dir schon was ja das steht bei mir krankenhaus bei mir steht ja gar nichts wieso ach so ja du bist du hast ja weiter gespielt ist schon gut wie ich habe weiter gespielt vergisst es also da steht bei mir krankenhaus und ich habe hier seht ihr meinen blauen marken das könnte vielleicht irgendwie so eine bergbau grobe sein die höhle des irren finden steht auch übrigens da die höhle des irren finden ok ok also kann es ja nur irgendwo bei so einem steinbruch keine ahnung kieswerk irgendwas sein also also ich bin mir ziemlich sicher dass es auf jeden fall dass es irgendwie so eine art mine ist oder sowas also irgendwie das sieht aus wie so ein bergbau bagger so jetzt muss ich mal ich gehe einfach mal hier hoch gucken sehen wir hier irgendwo bergbau tätigkeiten kommt man raus seht ihr das auch was genau da leuchtet irgendwie sowas groß und ja das ist was zum reparieren wieder ja okay wir können mal gucken in ob wir es reparieren können ja ja komm aber nicht so schnell bitte greif mich an hier kommt so langsam so also wir müssen irgendwo die höhle des irren finden also ich kann nichts damit machen so moment was brauchen wir für diesen pneumatischen fahrstuhl elektromotor und radioapparat ich hatte vorhin elektromotor habe ich kaputt gemacht ich brauche noch wir brauchen für den anderen brauchen ja also ich würde mal sagen ich habe das gefühl müssen irgendwo halt vielleicht ein bagger einfach finden weiße also ich sieht man natürlich im dunkeln besonders gut ja moment aber ich denke eigentlich müsste doch eigentlich 37 soll das heißen 37 37 ich weiß es auch nicht also aber ich denke mir ich denke mir da was das ist also es ist ja alles hier in dem sektor oder also es ist es ist ja alles so um diesen sektor herum und in dem sektor ist ein ist so eine art ich renne da jetzt ein steht nicht auf den auf den schildern krankenhaus tagebau da ja okay ich komme zu euch gerne ja wieso denn nicht gleich so wie war das nochmal straßenschilder die sind doch für nix gut das so wie bei skyrim wo geht's denn dahin ich bin hallo ja warte ihr bitte auf mich wo bist du denn auf dem weg ich komme ja schon mann so danke jetzt konnte ich bin ich bin josse muss du bisschen schneller machen wenn du weißt du bist langsam wie wenn die hallo ich war dahinten ich bin ungefähr drei kilometer weiter gelaufen als ihr wo nicht glaubt ist du kannst du rennen oder so wie ich letztens in einem traum gehört habe fast da harter scooter hallo ich kann ja ich greife den frontal an und der rennt einfach an mir vorbei also also die die k.i. in diesem spiel ist irgendwie irritierend und die haben sie zweimal verbessert ja die kann übrigens wahrscheinlich auch nicht ironie von hallo wer sind sie sind sie böse ein schwindler ja dann ist der bürger nicht mal mich an ja wohl sie auch nicht magnetismus ist das hier perlgraupen ich habe ein radio ich könnte jetzt den einen reparieren denke ich moment wir brauchen noch diesen elektromotor das sind komplett ausgeräumt nee den kann ich noch nicht reparieren aber ich kann den pneumatischen fahrstuhl linie 2 aktivieren wo ist mehr ich mache mal ganz kurz hier ich brauche man mir hat jedoch mal ein stor ich brauche mir ein storch also ich habe genügend essen für ewig gelten ja ich auch ich brauche was zu trinken hier ist aber nirgendwo was das stimmt du hast den farbfilm vergessen mein mich da eh nun erscheint die ganze welt so grau und schäl oder so keine ahnung mehr ist so lange her nee sooo 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 ganz gefunden was machst du denn spiel zu fangen oder was alles klar ja ja alkohol geben trinkt doch alkohol oh hier ich habe tomatensaft der stellt den dorps spiritus ich habe tomatensaft der stellt den dorps ja ach nee warte da bist du wo warst denn du jetzt äh moment tomatensaft wo habe ich denn hier da danke lecker tomatensaft muss ich nicht erst fliegen dafür wir sind dank dem flugzeug wir müssen hier lang hier ist der tagebau jo gut dass die schilder übersetzt sind hier ist der bagger oder ist das ein bagger tagebau morgeno aber hier ist ein verrückter da 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 hallo was machst du denn da was eskalierst nur so da rum was was hat er denn gemacht der ist hier hin und her gerutscht denn sie so bringt denn diese orange nur was zu essen und nicht zu trinken ist doch völlig und jetzt muss er den ort finden der in der zeichnung was der bagger ja ja die ist sogar angemarkert wo wir müssen also was ja ich habe dann fest marka ja das ist das ist meiner nein ist jetzt nicht ich habe schon wieder aus versehen das quest geändert ach so ein kack ist auch ok da geht es nicht nicht runter springen ok immer hier runter jetzt kommt gleich sicherlich so ein boss battle oh guck mal da ist eine tür die leuchtet was denn das was wieso rennt ihr denn hier nicht rum ach so doch du schon ja nur bei uns der anker zieht das nicht ich muss mal aufs klo der rät ist schon irgendwo da unten rum weil der vor rennt was der hölle ist denn das werden wir doch schon sehen doch oder sicher nein ich wollte doch aber ich habe einen elektromotor sehr schön ja super ist hier noch was zum looten oder müssen wir sofort da reingehen es gibt schon jede menge zum looten wir können ja mal gucken ja vielleicht gibt es ja was zu trinken niemand ich höre nur jemanden der sagt who is it it's a me mario erschreckt mich doch nicht so mensch warst du schon am klo und hast dann abgeschlossen ne geht nicht mehl aus grütze habe ich ein rezept gefunden grützenmehl hier ist ein poster ja hier ist ein verrückter oh zwei hier sind zwei verrückter oh gott hilfe 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 für jeden ist was dabei ich kann nicht mehr rennen hat einer von denen was zu trinken dabei fast hätte ich mir an gerade eine gehauen der nicht hat der was zu trinken dabei zum glück ist das ding so kacke langsam ist vielleicht hier was zu trinken oh und ich habe eine spieluhr ich weiß nicht wofür wir die brauchen aber habe ich jetzt ist von rammstein kennst du das lied spieluhr nein wir brauchen für irgendwas ich habe ja fleisch kann das mal jemand nehmen vielleicht weil ich bin sehr überladen ja dann schmeiß mal weg ich habe mir einen neuen perk gegonnen ach ich muss das einzeln wegwerfen ne du kannst rechtsklick dann kann ich glaube ich mehrere auswählen nein kann ich nicht ähm ich muss sachen auseinander bauen das geht so nicht hier das bleibt auch hier das was soll der quatsch grünes konzentrat und rotes konzentrat ich nehme alles wie kannst du noch tragen äh noch äh noch 5,3 kilo ach so das war ich auseinander so fertig nein nein ok bis jetzt aber jetzt wenn wir irgendwas zu trinken finden hm hm chemikalie blaues konzentrat hm 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 jam hier hin. Hä? Ich... Ducken. Ja, ich konnte mich plötzlich nicht ducken und... Ich hatte mich geduckt und dann konnte ich plötzlich nicht mehr weiterlaufen, weil er an der Boden... an einem Clipping-Ding im Boden anscheinend festhing. Na, das sieht ja vertrauenserweckend aus hier. Was denn? Na, die Wände? Ja, das ist so Pilzgeflechtzeug. Curtains! Wo? Wo? Da! Das ist jetzt... Jetzt ist der Vorhang. Ende im Gelände, du! Oh! Oh! Ihr brennt! Ich... Ihr macht das ganz großartig! Ich hatte doch irgendwo hier... Na, tollen Telefon klingelt. Oh, geil! Ich will auch mal gucken. Oh, geil! Toll, der hat nix mehr. Oh, geil! Was hat er? Karma, leichte Waffe. Hier, Telefon, ich geh mal dran. Wow. I'm nothing like you. Who was that? Who was the man? He was Prey. Another animal following the tracks and participating in the experiment. I told him that he'd have to fight for something valuable here. I don't know if he realized I was referring to his life. In any case, it doesn't matter now. Because he was weaker, and you won! And you were the stronger animal. I will find you. I doubt it. You know, the whole reason for my existence on this island was to prove what I've just proven. Aha. Toodaloo! Level 12. Yay, ich auch. Vielleicht habe ich ja jetzt was von wegen, ich muss nie wieder trinken. Ich vermute aber nicht. Ich habe ein leichtes Trauma. Das ist nicht so schön. Aber ich habe nur Schmerzmittel. Sehr gut. Heimlichkeitsmeister. Und ich habe Hunger. Ich vertrage jetzt sehr viel besser Stress seit neuestem. Ja, ich auch. Und Perks können wir setzen. So, was können wir denn hier machen? Perks ansehen. Ja, Axtwerfer. Der Fellabzieher. Und Punkt. Das ist doch alles doof. La-da-da. Bei aktiviertem Block. Achso. Ja, versuchen wir das mal. Meisterknacker. Da würde ich doch sagen... Wo ist denn Oase? Da ist Oase. Geheimer Sponsor. Einmal im Tag legt der Sponsor Gegenstände in eine Spezialkiste der Sicherheitszone. Ist ja spannend. Doch gut. Bessere Belohnungen. Hm. Das oder das? Ich habe Lager-Experte, Geheimer Sponsor oder Ninja. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich finde das voll lustig, dass wir irgendwie unterschiedliche Sachen haben. Ja, das ist irgendwie... Das ist random. T4. Ich mache bessere Belohnungen, Partner. Wo ist denn eigentlich die Sicherheitszone? Ich glaube da, wo wir wohnen, oder nicht? Ja. Also, wir können jetzt nach... Wir müssten eigentlich... Wir sind auf dem halben Weg nach Gortchnatz. Also das Problem ist, wir haben alle kein Wasser mehr. Dementsprechend würde ich eventuell sagen, dass wir hier runterlaufen, diesen pneumatischen Fahrstuhl aktivieren. Und dann zur Oase und uns da Sachen verkaufen, Sachen reparieren. Wasser holen. Ja. Okay. Außer wir finden jetzt irgendwo hier nochmal Wasser zwischendurch, weil... Seid ihr schon draußen? Nein. Okay. Hier hinten geht es aber dann... Geht es hier nicht raus hin? Da hinten geht es raus? Nee. Weiß ich nicht. Nee, nee. Wo? Ich dachte. So. Aber wir haben den Irren getötet. Ja. Den Irren war nicht den richtigen. Nee, der ist ja... Das war ja ein... Das war ein Fake-Ihrer. Aber es ist der Irren. Ein Fake-Ihrer. Ja, stimmt. Stand Irren dran. Ja. Irren. Irren. Ein Irren. Ein Irren. 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 So. Einmal ein Dücken. So, und wo geht es hier hin? Da geht es auch nirgends wohin. So. Hast du ein... Markierung gesetzt? Ja, ich habe die blaue Markierung dahin gesetzt, wo die Oase ist. Hä? Wieso denn nicht? Wo der Fahrstuhl? Ja, ich dachte, wir wollen zum Fahrstuhl. Nee, nee. Nee, nee. Ich habe den Fahrstuhl... Ja, ich habe den Fahrstuhl markiert. Okay. Damit wir den reparieren können. Der ist... Äh... Gar nicht so weit weg. So. La, la, la. Huch. Meine Güte. Aber wenn ich renne, glaube ich, verbrauche ich auch mehr Wasser, ne? Ja. Da kommt ein Irrer euch entgegen. Achso, da hinten. Du wolltest ja noch bei dieser komischen Tür. Aber ich vermute mal, dass... Da kann man nicht rein. ...wir die dann irgendwann aufmachen, wenn es soweit ist, sozusagen, ne? Also... Weißt du? Oh, was zu trinken. Appelsaft. Jo. Ähm, ich denke auch mal, dass da noch irgendwas kommt. Ich meine, das, was wir jetzt gemacht haben, sind ja, glaube ich, Nebenquests. Also die Hauptquest hat ja irgendwas... Ähm, wie heißt das Ding? Ähm, das Hauptquest? Das war... Nee, das war keine Pilotaufgabe, das war eine zusätzliche Aufgabe. Ja, also Nebenquests. Und die Plotaufgabe ist ja jetzt hier, den Ort Gorjak in Sektor C2 aufzusuchen. Und das Dumme ist, Gorjak ist halt genau entgegengesetzt von... Da, wo wir jetzt gerade sind. Und wo wir hinwollen. Bitte lasst irgendwo doch ein Wasser... Irgendwo... Da musst du doch irgendwo mal ein Wasser... Klo! Klo! Wasser aus dem Klo. Das funktioniert doch auch in anderen Spielen. Bei dem hier hat es nicht funktioniert. Oh. Dumm. Was ist denn das hier für eine Mine? Hier kann doch keiner arbeiten. Keine bestehende Wasserversorgung. Traumsaft. Bei dem... Bei dem Verrückten? Ja. So. Ja gut, 275... Oh. Toll, der hat den Schlag in die Seite bekommen. So. Moment. Aber wir haben... Dass man kein Gemüse essen kann dafür. Da ist noch... Das wieder... Warte. Vielleicht hat er was dabei. Der Schwindler. Radio Apparat. Der wirft mit Steinen. Ja, ist so nett. Hä? Ich dachte, ihr seid hier bei mir... Seid ihr gar nicht. Ist ein Autonomer, ne? Na, was ist das? Der hat Wodka dabei. Nein, toll. Sehr gut. Einfach mal Echsen. Ach, komm, nimm mal auch mit. Jetzt bin ich wieder überladen. Wir trinken einfach mal den Wodka. Wodka, 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 wo ist der denn? Du kannst auch, wenn du was trinken musst, kannst du auch bei... Ja. So. 200 Meter in die Richtung. Ich bin als erster... Oh, Dork. Du bist nicht als erster da. Du rennst nämlich in den Dork rein. Ich bin als erster da. Ich bin als erster da. Ich bin nicht. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mit den Dorks auch immer irgendwie ein Problem. Die haben irgendwie so eine ganz komische Hitbox. So. Aber hier Tomaten. Wilde Tomaten. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Ich höre einen Uhu. Einen Uhu? Der Kleber? Ja. Was war denn das da? Oh, scheiße. Hä? Ich kann das nicht reparieren. Warum nicht? Ja, weil... Ich kann das reparieren, weil ich die Gegenstände noch eingesammelt habe. Was zur Hölle ist das? Äh... Wir sind gerade... Nein, das ist... Das ist die falsche. Ah, so ein Kackmist. Ist doch nicht wahr. Äh... Pilze? Wie kommst du denn da rein? Da ist eine Öffnung in der Wand. Aua! Ah, okay. Ich kriege da Schaden. Wieso denn das? Ich hab doch gerade gesagt, die Pilze haben hier angegriffen, Mensch. Da ist ein Fisch. Ich kann gleich wieder ein Thunfisch auflaufen. Nee, warte, was war das? Oh, meine Güte. Äh... Sepsis. Oh, toll. Ich hab noch Sepsis. Gut, dass ich noch einen Verbandskasten habe. So. So. Hä? Nein. Wieso... Wieso ist denn das? Ich hab den hier doch angewählt. Wieso... Wenn ich den angewählt habe, warum krieg ich dann den nicht als... Questmarker? Wo ist denn der andere? Habt ihr den zufälligerweise noch bei euch irgendwie auf der... Der war doch... War der nicht hier? Also ich hab Pneumatischer Fahrstuhl, Linie 2 und Linie 1. Genau, aber wo ist denn... Linie 1 braucht einen Elektromotor und einen Radiooperat. Einen Elektromotor haben wir bereits. Genau, und ich habe... Für das andere habe ich beides, aber... Was ist denn hier für ein Gebäude? Such. 852 Metern ist der. Linie 2. Der wird bei mir irgendwie nicht angezeigt. Der hier, oder was? Ah. Ja, der da. Oh, das ist ja doch noch ein bisschen weit weg. 400 Meter. Da können wir aber auch zur Oase zurücklachen. Ach, da ist... Warte mal. Genau. Das ist nämlich hier. Wo bin ich denn jetzt hier hingelaufen? Wo bin ich denn jetzt hier hingelaufen? Da sind Riesenpilze. Wo zur Hölle bist du denn schon wieder? Ich sehe... Ach, da. Ja, kommt mal hier hinten hin. Da sind Riesenpilze. Ach, stimmt. An die kann ich mich erinnern. Riesenpilze. Oha. Riesenpilze. Oh, haue, haue, haue. Feuer. Ach ja, die Riesenpilze. Hier in der Höhle sind keine Pilze. Siedlung Sumpfdorf. Oh, Pilze. Siedlung Sumpfdorf, Alter. Siedlung Sumpfdorf. Äh, Sumpfdorf. Das ist ja schön hier. Ja. Wahnsinn. Da sind ja Riesenpilze. Kann man hier runter, dann da unten lang vielleicht? Oh, toll. Jetzt bin ich überladen. Moment, ich muss mal ganz kurz... Zum Dorf? Äh, zum Dorf. Da, wo wir hin müssen halt. Toll, ich habe... Essen habe ich 44 Stück. Äh... Als ob du mich gesehen hättest. Versohlt ihm den Hintern. Wenn du da mal aus dem Busch rausgehst, dann wäre besser. Wer ich? So. Ich habe mich versteckt. Dann wird der Hund. Willst du eigentlich hin? Ja, ich denke, wir könnten da unten lang und dann da unten rum quasi. Ja, aber... Ich glaube, da oben durch, einfach durch den Tunnel durch, dann... Das Grüne von Uncut ist jetzt Oase, ne? Richtig. Ja, gut, dann glaube ich, sind wir hier fügiger. Ich darf nichts mehr aufnehmen. Bitte sag mir das, dass ich das nichts mehr nehmen darf. Du darfst nichts mehr aufnehmen. Danke. Sie sind hungrig oder dürftig? Ja, ich weiß. Oder? Ja, oder. Such dir was aus. Dann lassen sie uns zur Oase wandern und dann Feierabend machen, äh, Feierabend. Die Folge werden... Wieso geht ihr denn da oben lang? Das weißen wir auch nicht. Mö, aus, äh... Ja, okay, war eine Scheißidee. Nein, war keine Scheißidee. Okay. Ich sterbe hier alleine wahrscheinlich gleich. Kacke. Nein. Niemand stirbt hier alleine. Wenn, dann sterben wir zusammen. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Ja. Niemand hat vor, Artikel 13 zu... Und bauen tun wir den auch nicht. Die CDU hat sich ja verdrückt. Die haben sich alle nur verdrückt. Wir müssen da hoch, ne? Oh, nein. Ja, wir müssen da irgendwie hoch. Geht's hier dann? Warte, können wir hinten rum einfach gehen, vielleicht? Ah, nee, hier geht's hoch. Hier geht's hoch. Kartoffeln. Wo seid ihr eigentlich? Äh, da hinten. Ich weiß nicht. Hier geht's hoch. Habe ich gehört, deswegen. Geht's hier lang. Jetzt bin ich überladen. Ich brauche was zu... Oh, nein, ihr ist wieder da nicht reinlaufen in den weißen Ballen. Warum geht ihr einfach da? Warum geht ihr einfach nicht hier oben lang? Weil, ich gehe jetzt hier lang. Ich bin doch jetzt fast da. Achso, da hinten ging's auch nochmal lang. Ja, logisch. Habe ich doch gesagt. Aber dann bin ich doch da lang gelaufen, wo du langläufst. Schon bin ich bei der Oase. Ich auch. In wenigen Sekunden habe ich auch die Oase erreicht. Hallo, guten Tag. Ich hab schon mein Messer weggepackt. Der hat sich bewegt. Der stand nicht die ganze Zeit hier vorne. Ja. Wasser! Ich kann nichts mehr tragen. Verdammt. Okay, wir bringen das nur eben zum Feuer und dann, äh, das geht schon. Ja, ich würde sagen, wir rüsten uns hier kurz auf. Mehr, besser nicht. Ich bin gleich beim Feuer. Ja, ja. Wir rüsten uns hier jetzt ein bisschen auf und sehen uns dann in der nächsten Folge, oder? Ja, so machen wir das. Genau. Klingt einfach. Genau, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in alter Frische wieder und dann gehen wir nach Knotschnachtskrubbelüb oder so? Ich dachte, da wären wir jetzt. Knotschnacht. Äh, nee, äh, da müssen wir hier für den, äh, wie heißt er nochmal? Für den Mischer. 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 Mit einem Toten. Nee, der hat irgendeinen Kumpel, der hat sich seit langer Zeit nicht mehr gemeldet. Richtig. Aber das in der nächsten Folge. Bis denn. Genau, bis denn. Tschüss. 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 Tschüss.